So meine lieben Filmfreunde, es ist wieder soweit, es ist wieder Paketzeit und ich habe hier ein richtig fettes, vollgepacktes, schweres Paket. Ihr seht es hier, da schaut sogar die Luftpolsterfolie schon raus und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr im Verlauf dieses Videos. Und wir gucken uns jetzt erst einmal natürlich an, was ist denn da überhaupt drin. Also wir haben hier Luftpolsterfolietasche und haben ein Steelbook zu Passengers. Hier die Rückseite, cooler Streifen, schöner Steelbook. Haben wir hier auch schön verpackt drin, so muss das sein. Dann die nächste und da haben wir Battleship. Tolles geprägtes Steelbook hier mit Rahmenprägung und auch der Schriftzug. Hier hinten noch ein cooles, cleanes Motiv. Schönes Steelbook, sowas kannst du heutzutage leider echt vergessen, dass sowas noch erscheint. Sehr schade. Dann haben wir die nächste Luftpolstertasche sozusagen hier und darin haben wir Robocop. Das Remake, war ich schon ein wenig enttäuscht von dem Film, ist zwar technisch auf dem neuesten Stand, was die Effekte angeht. Ja, waren coole Special Effects mit dabei, aber recht blutleer. Das ist natürlich schade bei so einem Vorbild als Original. Ja, Gewalt macht alleine keinen guten Film aus, aber hier der Vergleich viel zu zahm. Dann haben wir noch The Walk im Lantikular Steelbook. Auch sowas sieht man heutzutage gar nicht mehr. Sehr, sehr schade. Ja, wertet so ein Steelbook natürlich immer auf. Die nächste Luftpolstertasche haben wir hier. Oh, yes, baby. Sucker Punch. Haben wir hier. Leider mit aufgedrucktem FSK-16-Flatschen. Sehr schade. Dennoch ein tolles Motiv. Und natürlich auch ein richtig cooler Film. Müsste ich mir auch mal wieder geben. Das da legen wir kurz zur Seite. Das schauen wir uns nachher an. Jetzt seht ihr hier auch noch weiteres. Also, schauen wir, was da noch so drin ist. Mal gucken. Na, geh raus. Nochmal, dreimal Luftpolsterfolie hier. Geil. Also, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier drin? Jo. Jupiter Ascending. Auch ein schönes Steelbook. Tiefengeprägt im Titel. Backmotiv kann sich auch sehen lassen. Wie war das jetzt rumverpackt? So rum. Machen wir das alles gleich wieder so, wie es war. Dann ist das auch schön safe. Dann haben wir Premium Rush im Steelbook. Ja, ein bisschen schade wegen den aufgedruckten Credits hinten. Aber ansonsten sieht es auch ganz schick aus. Dann haben wir hier sogar noch ein original verpacktes Steelbook. The King of Comedy. Hoppala. Sorry. Dann haben wir hier noch mal dreimal Luftpolsterfolie. Also, Wahnsinn. Total Recall im Steelbook mit Kate Beckinsale und Jessica Biel. Die beiden haben wir dann auch hier hinten mit drauf und Colin Farrell. War ganz okay, aber natürlich kein Vergleich mit dem Streifen von Arne. Warrior haben wir dann hier noch im Steelbook. Tolle Streifen mit Tom Hardy. Auch das geht hier wieder so zurück. Und letzte Luftpolsterfolie. Die Born-Verschwörung haben wir dann hier. Gibt es auch hier noch in Luftpolsterfolie verpackt in diesem Paket. Und dann schauen wir uns mal den Rest an. Ich denke mal, das reicht, wenn ich so reinhalte. Jo. Also, ihr seht es. Massig Blu-ray-Filme in der Keepcase-Standard-Variante. Schöne Mischung. Ja, von Action-Filmen bis Science-Fiction haben wir hier alles mit dabei. Abenteuerfilme. Ein bisschen Erotik mit Atemlos. Ja, ist auch noch mit dabei. Also, da kann man definitiv ein paar schöne Abendstunden damit verbringen, sich das Ganze anzugucken. Und dann haben wir natürlich noch was für die kleinen Filmfans. Toller Familienspaß. Und zwar ich einfach unverbesserlich. Eins und zwei in diesem Double-Pack hier. Das ist auch mit dabei. Und ihr habt es höchstwahrscheinlich schon längst erraten. Es ist ein Paket von der Community für die Community. Und da sage ich nochmal herzlichen Dank an alle, die hier etwas beigesteuert haben. Und hier eben etwas gespendet haben. Und wenn ihr Lust habt auf dieses Paket und sagt, Mensch, das ist mal ein richtig geiles Paket, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Verseht es mit dem Hashtag Community. Und schon seid ihr dabei. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die hier was gespendet haben. Herzlichen Dank an euch fürs Zugucken. Und in diesem Sinne sage ich bis bald. Servus.